Mann, Drosten, was sehen Sie schlecht aus! Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Ja, also in den neuen Medien kriegt man von diesem Herrn ja so gut wie nichts mit. Da hat er kein Renommee erarbeitet, da ist er keine Respektsperson und jetzt das, ne? Ja, da sehe ich mal ein Foto von ihm in der Zeitung und das sieht einfach nur schlecht aus. Herr Drosten, hat man bei Ihnen im Blut erhöhte Delimere festgestellt? Ne, lassen Sie mal testen, ja? Oder haben Sie mal eine Blutwäsche gemacht? Da kriegt man raus, was denn da so im Blut herumschwimmt, ne? Ja, und es gibt da so etliche Stoffe, die sind nicht gut, so Aluminium und Chrom und gibt noch viele andere. Gibt es eine lange Liste, wenn Sie eine Blutwäsche machen, dann wird das gezielt ausgewertet. Ich würde mal empfehlen, so Leute in ihrer Gehaltsklasse, die können sich das doch bestimmt alle fünf Jahre mal leisten. Da wird man dann gleich zehn Jahre älter und all diesen Dreck mal rausholen lässt aus dem Körper, ne? Mal so eine richtige schöne Entgiftung auf, ja, auf der Basis modernster Schulmedizin. Das kriegen Sie auch bestimmt hin. Und dann kriegen Sie auch gleich raus, warum Sie immer so Schweißperlen auf der Stirn haben, ne? Warum Sie so ein bisschen glasig aussehen, warum Sie vielleicht kognitiv nicht so richtig auf der Höhe sind und manchmal so viel gefühlt Unsinn erzählen, ja? Also jedenfalls logisch nicht verständliche Dinge, die bereits ein Laie nicht mehr zusammenkriegt. Also, Herr Drosten, also eins will ich Ihnen mal sagen, mir liegt Ihre Gesundheit sehr am Herzen. Sie sollten es ernst nehmen. Sie sollten darauf achten, dass nicht irgendwelche kleinen Teilchen in Ihrem Körper rumschwimmen, ja? Also, so Nanolipid-Teilchen und sowas wurden schon gesichtet und, ja, also diese ganzen Stoffe, die können alles möglich auslösen, ne? Alzheimer, Demenz, Krebs, das ist nicht witzig, ja? Und vor allen Dingen, wenn man sowas im Körper hat, dann führt das sofort zu irgendwelchen Erscheinungen, ne? Dann sagen andere vielleicht, ja, du hast ja eine Überempfindlichkeit und dann stellt sich zum Beispiel heraus, sie haben multiple Chemikalien-Sensitivität, ne? Weil sie, wenn ihr Gifttank sowieso schon relativ voll ist, dann spüren sie natürlich jedes zusätzliche Gift umso intensiver und das macht ja keinen Sinn, dass man sich dann solche Sprüche gefallen lässt von anderen wie, lass dich mal desensibilisieren oder so, sondern das Richtige wäre natürlich, diesen Dreck einfach mal rauszuholen, ne? Und vor allen Dingen auch aufzupassen, dass er gar nicht also reinkommt in den Körper, ne? Also irgendwie so Produkte, die in Plastik verpackt sind und wo sie dann möglicherweise noch Weichmacher mitessen oder so Fleisch aus der Turbo-Zucht, ja? Wo sie dann Antibiotika mitfressen in beliebigen Mengen, ne? All sowas besser weglassen, ne? Dann geht das mit den Schweißperlen vielleicht auch zurück. Und ich hatte ja vor kurzem auch so Herzflimmern und ich glaube auch, dass mein Körper auch bereits belastet ist von etlichen Giften, die ich in der Vergangenheit so zu mir genommen habe. Das fing schon in meiner Kindheit damit an, dass ich irgendwie Farben und Lacke verarbeitet habe bei meinem Vater in der Werkstatt, die sich dann später als krebserregend herausstellten. Und das ist alles nicht gesund, ne? Und ich bin groß geworden in der Zeit, wo man Asbest noch für harmlos hielt und das fleißig verbaute, ne? Also ist auch nicht auszuschließen, dass ich sowas mitgekriegt habe und also ich sage, aber Sie sind doch im gleichen Alter wie, ne? Stimmt's? So, Sie gehen doch auch stark auf die 60 zu? Oder sind Sie schon drüber? Ich weiß es nicht, ne? Also ist auch egal, Herr Drosten, bleiben Sie gesund, ne? Sie sind doch wohl hoffentlich nicht geschlumpft. Vielen Dank. Vielen Dank.